jo meine freunde herzlich willkommen hier zurück zu einer folge minecraft mage die letzte ging ja schon ziemlich ab muss ich schon sagen aber den tod den habe ich mittlerweile verkraftet kaffee habe ich getrunken beruhigt habe ich mich auch ok leute ja ich mache heute da weiter wo ich das letzte mal aufgehört habe gestern und zwar evilcraft den brum will ich ja noch machen ja jetzt weiß ich auch wie es weitergeht und ansonsten will ich mir noch ein rapier machen denn ich habe am eigenen leib zu spüren bekommen wie op dieses fies dieses teil ist und deswegen erst mal das und das und dann geht es hier direkt weiter jetzt muss ich mal kurz gucken da muss ich jetzt ein bisschen aufräumen die rabbit foot behalte ich mal so das teil kommt mal da hin so genau jetzt kommt alles da rein ok jetzt ist die frage bei evilcraft wie macht man diesen tank dark tank sehr mal nicht schlecht noch so ein dark tank zu haben um einfach dieses blut so zu sammeln genau dark tank wo war der noch mal hier dark tank eisen und glas müsste ich haben glas eisen und dann müsste ich die noch machen können direkt ne perfekt die sache ist jetzt wo habe ich den hin ich würde einmal sagen hier vorerst sagt und ich denke mal also ich hoffe jetzt mal dass das so klappt hier kann jetzt natürlich das ganze blut rein genau blut ist auch das was ich jetzt brauche ich bräuchte jetzt mal vielleicht doch ein anderes schwert oder so ein bisschen was mehr damage macht ja ist jetzt ich nehme es einfach mal mit um einfach ans blut zu kommen ich glaube nämlich dass wenn ich mit dem also mobs mit dem töte das ist gar nicht also dass ich dadurch dann gar kein blut bekommen wäre möglich wäre möglich jetzt ist die frage was mache ich zuerst zuerst eine rapier oder gehe ich hier weiter ich jetzt die frage habe ich überhaupt alles was ich so für eine rapier brauche das wäre jetzt natürlich mal gut zu wissen ich bräuchte mal was zu essen ok ich bräuchte auf jeden fall mal ein bisschen was in richtung paper in richtung paper das wäre nicht schlecht wo ist hier noch was 46 hier ist papier oder ja perfekt nehme ich mal mit so jetzt ist die frage aus was könnte ich einen guten guten rapier machen hier habe ich den auf jeden fall genau man braucht es ist jetzt die frage ne guten rapier was kann man da machen kobalt art diet wäre vielleicht nicht schlimm könnte man ausprobieren ich habe halt leider nicht das buch ist hier irgendwo ein buch drin ein buch wo ist das buch davon ist hier irgendwo hat anscheinend keiner ein buch ok hat aber auch noch keiner so für rap müsste eigentlich da sein also das kann jetzt nicht sein das kann jetzt nicht sein das muss eigentlich da ist es vielleicht bei stanta drin der dürfte der hat sich auf einen gemacht ok dann machen wir es mal aus dem das cross guard war es glaube ich und ok gut dann brauche ich das doch nicht ich werde das hier mal einschmelzen warte mal man kann doch die ganze sache in manölen um ändern ich glaube das ist auch das das war glaube ich das beste material kann es sein das war doch so ach komm dann packe ich hier noch mal zwei toll kann das jetzt nicht so dann packe ich hier noch mal solche rein hier das braucht jetzt natürlich eine zeit lang bis das ganze fertig ist dann könnte ich schon mal das binding machen das binding moment wo mache ich denn das ich das hier ich glaube das mache ich hier ne so äh dieses binding oder soll ich den ne ich glaube ich mache ich mache das so genau es gibt ja ein modifier dazu so ich glaube nicht schlecht gut das brauche ich noch so und das brauche ich eigentlich auch noch ist das jetzt fertig fast zwei ingots manölium genau dann kann ich jetzt das schwert aus manölium machen heißt es so manölium ist weg okay fast fertig okay das wird jetzt das schmilzt jetzt schon okay so genau manölium ne manölin 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 oder so ich wollte jetzt eigentlich ich weiß dass was anderes eigentlich besser ist aber ich mache es jetzt trotzdem so ist jetzt egal besser als jetzt mal nix zu haben einmal ab hier drei attack speed 0,8 attack damage yo perfekt und wieviel modifier habe ich drauf modifier sind vier drauf perfekt super geil ja nice das mache ich mal hier rein oh das will ich wieder mitnehmen bitte danke so jetzt einmal schlafen gehen so jetzt habe ich meinen guten rapier und jetzt bräuchte ich natürlich was in richtung ähm zum beispiel quarz hatte jemand quarz ne der hat bestimmt einen quarzblock ich leih mir mal kurz einen aus ich will nämlich wissen ob das geht ob man da ob man das verbessern kann mit einem quarzblock äh sharpness das hat jetzt 5,86 ne ja perfekt kann man mit was macht man nochmal mit redstone oder emeralds oder so ups emeralds redstone könnte ich nochmal draufpacken und das da einfach mal um zu testen was es nochmal macht dann habe ich den schon mal was macht denn das nochmal ach das macht luck ok und das emerald increases durability depending on base stats oh das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht durability erhöhen aber ich glaube das macht es auch mit einem dia und zwar besser die frage ist jetzt oh 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 hab ich voll hab ich keine dias mehr müsste doch hier sein genau und ein slimeball macht bestimmt auch irgendwas das macht ein slimeball ok das macht nix ein dia oh ja das ist schon mal besser dann kommt ein dia drauf und erhöht sogar und erhöht sogar damage auf jeden fall dia drauf was macht das bonus speed auf jeden auf jeden fall hau ich drauf jetzt habe ich noch einen modifier den lasse ich mal frei den modifier den modifier lasse ich mal frei aber wir sind jetzt ganz gut dabei bis zum nächsten Mal сторону hier os die Untertitelung des ZDF, 2020 So eine einfache Sache wie ein Sapling hat man einfach nicht Ja läuft bei uns ey, Team Gelb, beste Leben Da ist einer, zwei sogar, hätte ich hier bloß hingeguckt So, einmal, zweimal, Deadwash, der kommt jetzt hier rein Und jetzt brauche ich Blut Ich brauche Blut Ich brauche Blut Äh, falsche Kiste jetzt, aber gut, er braucht das Blut eh nicht So, jetzt, äh, will ich mal kurz testen Kann ich hier einfach Blut rein Oh Ja, moin Dann muss ich gar nicht auf Blutjagd gehen Ups, kann ich Und das kann ich jetzt hier einfach Oh mein Gott, wie geil ist das denn Ne, das wollte ich jetzt nicht, so, danke Oh mein Gott, wie krass Das ist geil Das, das ist mega gut Und jetzt habe ich den, äh, undead sapling Den setze ich jetzt Äh, loll Den setze ich jetzt einfach mal hier hin Und jetzt brauche ich mal kurz Bauenmiel So, einmal Bauenmiel bitte Wo kriege ich jetzt Bauenmiel her? Wir haben bestimmt hier irgendwo noch Knochen oder so, kann ich sagen Da ist ein Knochen Ich nehme mir vorsichtshalber mal noch einen mit So Dum, dum, dum So Perfekt Und damit hätte ich hier mein Undeadwood Ich hoffe, da kommen jetzt ein paar Saplings raus Und lass mich jetzt mal bitte hier hin So Danke Oh, perfekt, neun Stück Wupser Okay Jetzt ist die Frage Wie viel brauche ich davon? Ich mache mal so Äh Moment 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 Add Evil 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 Craft So Einmal Ne, das wollte ich jetzt nicht So Einmal das Einmal das Okay, das macht man so Hätte ich jetzt fast Falsch gemacht Ähm, jetzt muss ich mal kurz hier rein Danke Meine Emeralds hier rausholen Und das hier rausholen Einmal Zack Zack Dann machen wir nochmal zwei von denen Zack Dann hätten wir da genug Jetzt ist die Frage, was mache ich zuerst? Okay, ich mache Bar Cape Bar Cape kann ich machen Eins, zwei So Einmal Und dann das noch Und dann fehlen halt zwei Oder ich mache das da Ja, komm Ich mache Ne, so Eins, zwei, drei Genau Das da Und für das andere Für dieses Teil Fehlen mir jetzt halt zwei Von Den Dingern Das ist jetzt natürlich Schade Aber Komm ich halt nicht Drum rum Also da muss ich jetzt halt Irgendwas machen Muss ich farmen gehen So Ich werde jetzt hier nochmal verbessern So Genau Perfekt Dann kommt Das nochmal Das nochmal Dankeschön Okay Also Schadness Ist auf 653 Schnelligkeit Ist auch ganz gut 3,6 Das ist gut Haltbarkeit Ist hoch Dann muss ich ja mal gucken Was ich da als Viertes Modifier Noch drauf haue Das weiß ich noch nicht Okay Dann brauche ich das Teil Nicht mehr Das kann weg Dann habe ich wieder Ein bisschen mehr Platz Dann sind wir heute Doch mal wieder Ganz Ja Ein gutes Stück Weitergekommen Auf jeden Fall So Okay Dann gehe ich jetzt noch mal schlafen Und versuche jetzt noch die letzten paar Minuten Ähm Ein bisschen Von dem Zeug zu kriegen Von dem Dark Gam Also zwei Stück brauche ich noch Dann kann ich Den Besen machen Also wenn ich das diese Folge noch schaffe Das ist ja ultimativ gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020